So draußen alles grau, Mistwetter am Flughafen Paderborn, aber hier ist ordentlich was zu tun. Wenn man die Alte mit Halle mal hinter uns schauen, der Flugzeugpark von dem LSV Riedberg und heute ist die große Polyaktion. Die Mitarbeiter helfen hier und der Vorstand hilft mit. Ja, wir bringen die Maschinen jetzt wieder auf Hochglanz, damit sie auch Backnoten wieder schneller sind für die nächste Saison, die ja auch hinzukommt. Und alle haben viel Spaß, heute haben wir es gegrillt und ab geht die Luzzi. Ich bin völlig begeistert, wie die Riedberger doch für ihre Flugzeuge gerade stehen, für ihren Verein da sind. Und vor allem der Einsatz, der ist beispiellos. Ich glaube, wir polieren heute das gesamte Farbmaterial von den Flugzeugen runter. Die freibliche Aktion, die macht manchmal nicht unbedingt Spaß, ist auch nicht verpflichtend. Aus vielen Piloten kommen freiwillig dann einmal im Jahr vorbei. Ja, Wolfram, du bist ja im Polieren. Ja. Was reizt sich hier gerade an dem LSV Riedberg, dass du hier nicht so keilst heute Samstagmorgen? Wir müssen endlich wieder Flugzeuge haben, die richtig schön poliziften. Und der Verein, was reizt sich an dem Verein? Was ist denn so besonders gut hier? Ja, ich guck mal hier, diese Gemeinschaft hier, viele Leute, die alle was zusammen machen und eine Menge Spaß dabei haben. Und sogar beim Putzen. Ja, Leo, du bist hier ordentlich am Keulert worden, was findest du am LSV Riedberg gut? Warum bist du Samstagmorgen hier und nicht zu Hause? Das kann ich dir genau sagen, weil ich sehr große Werte aufnehme auf ein saures Flugzeug. Und dann bin ich auch bereit, einmal hier einmal das Flugzeug richtig sauber zu machen. Und Jetti, du bist neu im Club hier beim LSV Riedberg, gleich bei der Putzaktion dabei. Was gefällt dir im Club hier und warum bist du heute Samstagmorgen hier und nicht zu Hause? Ich mag das Verein zu leben total gerne und ich bin es einfach schlappig zu sein. Ich freu mich immer, wenn man schöne, saubere Flugzeuge hat, die fast aussehen wie neu. Du, du bist auch dabei draußen gekommen. Was treibt dich hier her, Svante? So, mich treibt hier der Arbeitswille einiger Windglieder her. Ja. Jetzt gibt's das Essen. So, wie sieht's aus? Ja, es ist angeregt. Ja, es ist angeregt. Ich gucke mal. Kille im Darm gibt's heute. Ja, sehr schön. Vom feinsten. Ja. Und danach gibt's dann automatisch, gibt's dann einen Mackenstil. Wenn ihr was wollt, ne? Wenn ihr das möchtet. Ja, das hier. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017